Die Pogay-Münze, Kryptowährung auf dem Vormarsch. Einleitung, in den letzten Jahren hat die Welt der Kryptowährungen eine rasante Entwicklung erlebt. Neue digitale Währungen schießen wie Pilze aus dem Boden und bieten den Benutzern zahlreiche Möglichkeiten. Eine solche aufstrebende Kryptowährung, die in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist die Pogay-Münze. Mit ihrem einzigartigen Ansatz und ihrem wachsenden Nutzerstamm hat sie das Potenzial, das Spiel in der Kryptowelt zu verändern. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Pogay-Münze und ihre Eigenschaften. Was ist die Pogay-Münze? Die Pogay-Münze ist eine digitale Kryptowährung, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Sie wurde entwickelt, um eine benutzerfreundliche, sichere und transparente Möglichkeit des digitalen Zahlungsverkehrs zu bieten. Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen hat die Pogay-Münze jedoch auch einen sozialen Aspekt. Ihr Hauptziel besteht darin, gemeinnützige Organisationen und soziale Projekte zu unterstützen. Einzigartige Merkmale der Pogay-Münze Sozialer Fokus Die Pogay-Münze setzt sich aktiv dafür ein, soziale Projekte und gemeinnützige Organisationen zu fördern. Ein Teil der generierten Einnahmen aus dem Handel mit der Münze fließt in verschiedene Wohltätigkeitsinitiativen. Dadurch können Benutzer der Pogay-Münze nicht nur von den potenziellen Gewinnen durch den Handel profitieren, sondern auch einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Transparenz Die Pogay-Münze zeichnet sich durch hohe Transparenz aus. Alle Transaktionen werden in der Blockchain öffentlich und für jeden einsehbar gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Manipulationen oder Betrügereien stattfinden können. Dieses Merkmal trägt zur Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Pogay-Münze bei. Einfache Benutzererfahrung Die Entwickler der Pogay-Münze haben großen Wert auf eine benutzerfreundliche Erfahrung gelegt. Die Verwendung und der Handel mit der Münze sollen für jeden leicht zugänglich sein, unabhängig von technischen Kenntnissen oder Erfahrungen im Kryptowährungsbereich. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine breite Akzeptanz und Nutzung der Pogay-Münze zu fördern. Zukunftsaussichten und Herausforderungen Die Pogay-Münze hat in kurzer Zeit ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Ihr sozialer Fokus und die Bemühungen, gemeinnützige Projekte zu unterstützen, haben ihr eine treue und engagierte Benutzergemeinschaft eingebracht. Die Zukunftsaussichten sind vielversprechend, da die Pogay-Münze weiterhin an Bekanntheit und Verbreitung gewinnt. Allerdings steht die Pogay-Münze auch vor einigen Herausforderungen. Die Konkurrenz im Kryptowährungsmarkt ist stark, und es gibt bereits etablierte digitale Währungen, die eine große Nutzerbasis haben. Die Pogay-Münze muss sich daher behaupten und ihren Mehrwert für Benutzer und Investoren deutlich machen, um langfristig erfolgreich zu sein. Fazit Die Pogay-Münze hebt sich von vielen anderen Kryptowährungen ab, indem sie den sozialen Aspekt in den Vordergrund stellt und gemeinnützige Projekte unterstützt. Ihre einzigartigen Merkmale, darunter der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Transparenz, machen sie zu einer vielversprechenden Kryptowährung. Die Zukunft wird zeigen, ob die Pogay-Münze ihr Potenzial voll ausschöpfen und sich erfolgreich etablieren kann. In jedem Fall trägt sie dazu bei, die Möglichkeiten der Kryptowährungen zu erweitern und positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken.